so freunde herzlich willkommen zu diesem video wie man anhand des titels schon sehen kann war jetzt in der beta was neues was ich persönlich sehr gut finde und es ist ja so ich zeige ja keine beta sachen also ich habe für mich selber kriegsangriffe aufgenommen ja aber ich konnte die neuen modi im krieg schon spielen und das ich weiß nicht genau wann es kommt aber das ist tatsächlich eine der sachen die im moment mich tatsächlich am meisten freuen muss man ehrlich sagen weil die die bisherigen modi jetzt mit equalizer und tote horde feile rush ist jetzt halt irgendwann mal gut so also da braucht es halt auch mal frischen wind zumal halt bestimmte modi halt am arsch sind durch bestimmte helden und konstellationen und wie auch immer so und da gab es jetzt drei neue ja modi die sie eingeführt haben das ist einmal bloody war also blutiger krieg dann cloverfield und der terror praktisch ja der terror ist ganz ganz lustig eigentlich wobei auch irgendwie wiederum nicht also jeder jeder von den von den dreien hat seine vor und seine nachteile ja und da will ich jetzt mal so ein bisschen bisschen erzählen aus aus der beta läuft ja auch wieder unter beta video und deswegen ich kann darüber erzählen weil es halt auch im forum schon gepostet worden ist also es ist ja jetzt keine eine ganz krasse sache nur das ding ist die videos möchte ich jetzt persönlich nicht zeigen weil ich da halt auch mit den neuen helden gespielt habe und sowas alles ne deswegen ich bin da sehr sehr strikt dass ich da dass ich das da so ein bisschen trenne während andere fast nur noch irgendwelche beta kanäle haben mache ich das nicht weil auch wenn es in der beta ist kann sich das halt immer noch in irgendeiner gewissen art und weise halt ein bisschen ändern und dementsprechend ja kann da so ein bisschen mal gucken also wir haben neue kriegsregeln so und dieser bloody war also der blutige krieg ist zwar neu aber nicht wirklich neu also sowas hatten wir schon mal war einer als sie als die kriege angefangen haben war das einer von ich glaube die pfeile haben sich tatsächlich die waren damals auch schon am start ich weiß nicht ob der rush auch schon am start war keine ahnung aber im endeffekt geht es darum dass sowohl heilung und wiederbelebung keinen effekt haben also es ist im endeffekt wie bloody battle in den turnieren ja das war tatsächlich damals ein modus den ich spannend fand wo ich traurig war ja was heißt traurig das ist ja ein bisschen übertrieben ne ich fand es schade dass sie den dann rausgenommen hatten dann kam dieser modus wieder in den turnieren und jetzt ist er halt auch wieder im krieg mit dabei ja gut was willst du dazu sagen keine heilung keine wiederbelebung händler im endeffekt schon das heißt da muss man dann auch wieder ein bisschen bisschen umstellen was ist jetzt bei wenn man keine heilung und keine wiederbelebung hat was ist da ein probates mittel ja minions das heißt irgendwo möglich würde sich vielleicht an der meter erstmal nichts ändern dass man trotzdem die auch an zuge kao kao oder hinstellt und sagt ja die minions die regeln schon so ne ich meine das ist ein puffer von 1500 lebenspunkten heilung hast du zwar nicht musst du halt durch die minions durchkommen ja oder du machst es halt mit brachialen damage in der defensive hält halt wirklich hitter hin womöglich sniper womöglich auch helfen da vielleicht auch tun sniper ja auch wenn die natürlich und das das ist halt so ein bisschen das problem so jetzt wenn du ganz oben spielst dann spielst du weniger mit uns in der defensive weil die halt die punkte nach oben treiben und dann bist du bist du einer der dann irgendwie weiß ich nicht 54 punkte gibt oder sowas und die wahrscheinlichkeit dass du trotzdem gelegt wirst ist relativ hoch weil die gegner halt auch relativ gut sind und die schnappen sich dann immer die mit den tuns zuerst weil die halt schön punkte geben so die punkte jäger ja versucht man so ein bisschen zu vermeiden also da müsste man dann mal gucken aber heilung und wiederauferstehung funktioniert dann in dem fall nicht da müsste man dann jetzt schauen okay minions wäre eine option also könnte man da vielleicht noch irgendwie ähm mit reinbringen dass man ähm feinde äh vielleicht auch für den gegner äh produziert ja vor allem was da natürlich ganz stark werden könnte sind hier so feinde die wahnsinn machen die du nicht wegheilen kannst ja abigail zum beispiel ähm ich meine eine fortuna wird wieder interessant tatsächlich weil sie macht feinde die einen attack down machen ja dann brauchst du jemanden der immunität gibt oder cleant ähm na aber das hilft halt auch nicht so viel weil also immunität hilft natürlich klar aber ähm der attack down ist halt an den minion äh an den feind gebunden und wenn du den feind nicht wegheilen kannst bleibt der attack down solche sachen ne also wird man ein bisschen bisschen rum überlegen müssen ähm was ja an sich nicht ähm schlimm ist ja gibt noch wieder ein bisschen vielleicht sieht man dann auch mal ein paar andere helden in der defensive und nicht immer das gleiche ja dann ähm wenn jemand sein special skill macht dann hat er eine chance ähm lucky also glücklich zu bekommen und macht es zweimal ja das war sehr interessant tatsächlich auf der einen seite war es ganz geil wenn du siehst ähm du feuerst jetzt dein dein hitter ähm also ich hatte zum beispiel evelyn und dann habe ich einfach elkan mit dazu genommen und noch einen grün und elkan war dann lucky ja und ähm hat dann im endeffekt zweimal auf den elementaren defense down gefeuert und die eine seite war tot praktisch auf der anderen seite muss man natürlich sagen ich habe auch gegen hetepheres gespielt habe die nicht wegbekommen und die hat teilweise auch lucky bekommen und war dann von ich bin fast tot zu einmal heilung mit 1000 leben oder sowas lucky noch mal heilung mit 1000 leben so und da war der gegner wieder komplett voll jetzt ist bei dem modus natürlich die frage ähm gibt es dafür die defensive auch einen vorteil einen bonus wie auch immer ein ein bonus der nicht offensichtlich ist sondern der halt hinten mit reingerechnet ist sage ich mal dass ähm wie gefühlt bei dem dodge oder sowas dass das häufiger in der defensive funktioniert als in der offensive ähm wenn das natürlich der fall ist dann kann dieser modus natürlich auch sehr frustrierend werden wenn du denkst da die auch an gleich tot die auch an halt ist lucky halt noch mal direkt zwei minions also der 3000 lebenspunkte und alle sind wieder komplett voll das kann undankbar werden sehr undankbar oder wenn du ähm keine ahnung dann wirklich so einen einen dicken hitter drin hast wie puat jetzt langsam ja oder kargan oder keine ahnung was und ähm die werden dann lucky und feuern dann zweimal ist nicht schön ja aber ich hatte es auch mayana und äh kargan hinterher zweimal mit lucky war die ganze seite down ja also es kann kann gut für dich laufen kann aber auch mega in die äh ein zeitfresser werden ne äh ich muss aber auch ehrlich ehrlich dazu sagen es ist auch relativ häufig in der offensive passiert also es war jetzt nicht so also nicht passiert einmal in der offensive dafür in der zeit dreimal in der defensive so nicht das verhältnis war schon ausgewogen ja und ähm war halt war halt interessant also ich hab dann ich hatte kurz nicht dran gedacht hab hab einen sniper gefeuert ja komm schwächste den mal und dann hat der sniper nochmal gefeuert wieder auf den gleichen drauf das ist übrigens dann auch so ne also lucky der sniper der feuert dann zweimal auf den gleichen der markiert worden ist nicht irgendwie dann random oder sowas ähm da war der tot das war natürlich dann ganz nett so hast du natürlich auch chancen äh wenn der diaochan da mit vielen minion steht ähm da durch zu kommen ja also wenn du dann sagen wir jetzt einfach mal eine mariana nimmst so die feuerst du drauf hast dann einen kargan und der kriegt dann das lucky das glücklich dann machst du da sehr sehr guten schaden ja dann brauchst du vielleicht noch ein zwei steine und vielleicht noch ein anderes special und dann ist eine diaochan down wenn sie vorher jetzt noch minion hatte und sowas ähm kann kann gut laufen kann aber auch ähm stark in die in die hose gehen ja wenn du dann ähm sag jetzt einfach mal kao kao hast oder zitrusholz stell dir vor äh zitrusholz ja gut bei dem ist ja nicht so schlimm wenn der das erste mal feuert und dein ganzes team fast hops nimmt dann trifft er wahrscheinlich beim zweiten mal nur noch einmal weil er überall mana abgezogen hat aber ein so ne diaochan und ein zuge den die hintereinander auslösen beide auf einmal lucky sind beim gegner alles voll mit minions bei dir alles voll mit feinden dann brauchst du da erstmal vorteil ist wieder wenn du einen schicken heiler hast und der kriegt das lucky ab das glücklich das glückliche ab ähm kannst du die feinde natürlich auch gut wegheilen ja also das hat so sein seine Für und Wider aber ich fand's ganz ganz lustig ähm die Frage ist wie lustig finde ich es wenn's halt wirklich drauf ankommt weil und das muss man halt auch noch dazu sagen es ist ja sowieso schon sehr viel Zufall und sehr viel Glück dabei ja also Glück im Sinne von dass das dass das Startboard vielleicht stimmt dass du deine Steine kriegst dass keine unglückliche Kaskade kommt die dann alle irgendwie triggert und so weiter und so fort und wenn du dann noch einen Modus hast der auf Glück basiert dass du zweimal feuern kannst da wird das halt noch also wird das halt noch eine zweite zweite Lotterie in der Lotterie ne also es kann es kann gut sein wenn du wenig Steine hast und hast dann das Glück dass deine Helden doppelt feuern kann aber auch halt ähm wie gesagt in die andere Richtung gehen also da bin ich mal gespannt wie der Modus äh ankommen wird tatsächlich und auch ähm wie dann in Kriegen das Verhältnis ist das heißt ähm gefühlt macht die Defensive das nur und die eigene Offensive nicht wir werden mal sehen aber vom Prinzip her ähm eine interessante Sache ich könnte mir vorstellen ich könnte mir vorstellen dass es vielleicht auch irgendwann auf die Turniere vielleicht ausgereitet wird aber ja das steht jetzt noch so gar nicht im Raum das ist jetzt einfach mal so eine Vermutung die ich die ich reinwerfe ja ich meine wir haben ja auch noch keine Turniere mit Equalizer also von daher kann auch sein dass die Turniere davon gar nicht irgendwie an äh an an angetatscht werden so und dann haben wir ja in dem Modus da bin ich ein bisschen skeptisch wenn ich ehrlich bin ähm der Terror Modus da geht es um den Wahnsinn so das heißt nach jeweiligen Runden ähm bekommt man bekommen alle kommen alle Wahnsinn also ähm meines waren alle ich hab den ich hab den nur einmal kurz gespielt warte meines waren aber alle Helden ja alle steht ja auch on all heroes ja ähm alle Helden also Defensive wie Offensive ja man weiß wie das mit dem Wahnsinn so ist der ist sehr unberechenbar ja also ich hab schon Sachen gesehen da hatte ein Held in der Defensive 95 oder 90 oder 95 Wahnsinn hat gefeuert ähm mein Held mit 5% Wahnsinn hat ähm das gegen sich verwendet ja also auch da ähm sehr sehr glücksbasierend wie der wie der Wahnsinn ausgelöst wird ähm im Endeffekt kann es sein dass ja also ich sag mal so wenn wenn der Kampf lange geht und äh man irgendwie nicht wegheilt oder sowas heiler wären übrigens da in dem Modus ein wichtiger Aspekt ja damit man den Wahnsinn runterkriegt mhm wenn man das nicht macht wären nach einer bestimmten Anzahl an Runden dann alle Helden voll mit Wahnsinn und dann würde es komplett scheppern ja ähm ich weiß nicht also bei dem Modus ich bin ja auch bei den Wahnsinn Helden noch so ein bisschen skeptisch ne vor allem die halt auch in diesem Modus zu nutzen ist natürlich auch sehr sehr riskant ja weil ähm ich glaube es waren 20 Wahnsinn die man kriegt müsste ich nochmal nachgucken ähm vielleicht wenn wenn einer es schon gesehen hat ja einer von den Beta Spielern oder einer da ähm Kontakt zu hat gerne korrigieren aber ich meine das waren 20 wie gesagt müsst ihr nochmal nachgucken ähm das ist natürlich so eine Sache wenn die meisten Helden sich dann 50 eigenen Wahnsinn geben dann sind die halt schon bei 70 so und dann wird es halt sehr sehr tricky die einzusetzen wie viel Heilung willst du da mitnehmen damit du dann deinen Wahnsinn Helden wieder feuern kannst wahrscheinlich bis du den einigermaßen so weit runter hast dass du dich traust ihn zu feuern hat der Kriegs Modus halt schon wieder Wahnsinn drauf gepackt das heißt da würde ich wahrscheinlich von den Wahnsinns Helden abraten äh genauso wie vielleicht auch bei dem Lucky Modus weil wenn du mal überlegst im vorhersten Wahnsinns Helden der feuert dann zweimal macht 50 Wahnsinn auf sich selbst hat er direkt 100 und ballert das gegen sich weiß ich nicht das ist ein bisschen schwierig würde ich jetzt mal behaupten aber da halt auch der Vorteil hierbei ist bei dem Wahnsinn es betrifft halt alle also sowohl offensive als auch defensive aber auch da in diesem Modus muss man halt ein bisschen umbauen also da wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen dass halt die auch immer noch der King ist weil sie halt heilt schneller heiler ist dann wird man wahrscheinlich noch irgendwie einen anderen Heiler da hinstellen um halt diesen Wahnsinn selbstmöglich wegzuheilen und das wird es in der Offensive schwieriger machen weil du musst halt gucken dass du den Wahnsinn wegkriegst gleichzeitig brauchst du aber auch genug Feuerkraft um eine Diaohan wegzuballern das heißt wie würde ich jetzt in diesem Modus spielen gute Frage wahrscheinlich gegen Diaohan sowieso Richtung 4-1 Mono ja und dann wahrscheinlich einfach volle Kanüle drauf hoffen dass man den Kampf so schnell wie möglich beendet dass vielleicht nur einmal maximal zweimal der Kriegsmodus reinkommt und ja also Mono mit einem Heiler vielleicht weil wenn du zu viele Heiler mitnimmst oder Support heilen fehlt dir die Durchschlagskraft dann kriegst du die auch an einfach nicht tot und die heilt dann und dann reduziert sie den Wahnsinn bei der Defensive und die feuern dann und killen dich das ist natürlich nicht Sinn der Sache das heißt da muss man dann auch umdenken sich was anderes überlegen wird auch interessant werden also es sind drei Modi die 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 interessant sind die definitiv andere defensiven provozieren werden was gut ist aber sie werden jetzt nicht komplett die Meta ändern oder sowas weil ich würde jetzt einfach mal behaupten selbst bei dem Bloody War kannst du die auch ranspielen bei dem Lucky auch und bei Wahnsinn halt auch also du kannst sie eigentlich weiterhin überall spielen aber womöglich ändert sich das drumherum ein bisschen ja da da bin ich gespannt also vor allem auf Bloody War freue ich mich irgendwie so ein bisschen ich weiß nicht vielleicht sieht es auch beim ersten Krieg danach aus dass ich ihn verteufel aber das heißt natürlich auch wenn die anderen Modi bleiben dass wir eine längere Rotation haben sprich Rush ist nicht mehr ganz so häufig oder halt Equalizer ja ich meine ich muss ja mittlerweile sagen dass ich Rush sogar mehr mag als Equalizer wobei Bernadette da jetzt auch schon wieder eine klaffende Wunde in den Rush reingeballert hat was nicht so geil ist was auch irgendwie ein Grund ist warum ich glaube ich in diesem Portal dann irgendwann nochmal beschwören werde um sie zu versuchen zu kriegen ja aber es könnte interessant werden vielleicht ist sogar mehr Veränderung und mehr Bewegung in den Defensiven wenn man nicht in der Top 100 spielt ja weil da dann nicht so viele die auch ran haben und den Rest mit Zuge und dass da vielleicht eine größere Rotation ist und dass man da sogar noch mehr Abwechslung hat als wie weiter man spielt und was dann halt auch noch ist War Improvement der Tiebreaker ist nun da und das ist auch eine gute Sache muss ich wirklich sagen weil wie oft ist es schon passiert nicht jetzt persönlich mir aber ich glaube auch schon ein zweimal aber uns allen sagen wir es mal so dass der Timer sich dem Ende nähert und wir kommen da halt nicht wirklich weiter es fehlt vielleicht nur noch ein bisschen aber der Damage reicht dann halt nicht mehr und das ist natürlich eine geile Sache der Tiebreaker dass man da natürlich dann am letzten Drücker vielleicht dann echt noch mit einer Kaskade oder sowas einen dicken Schaden machen kann und vielleicht dann auch eine Diaohan plus Minion dann noch killen kann ja ich hatte jetzt gestern erst wieder einen Tiebreaker im PvP war eine ganz duselige Heiler Defensive die aber brutal permanent irgendwie geheilt hat so eine Mischung was war da Diaohan Hathor Eteferis ein Hitter war dabei ich weiß nicht mehr wer nicht komplett nur Heilung und Ergarten war noch dabei genau und dann noch ein Hitter das ging bis 30 Sekunden vor Ende so und das ist natürlich da habe ich durch den Tiebreaker gewonnen weil dann der Schaden so gravierend war dass ich dann halt ja ich weiß nicht mehr wer es war ich glaube der Hitter war zum Schluss tatsächlich übrig dass ich den dann killen konnte und das ist eine gute Sache gutes Improvement und da bin ich auch natürlich gespannt drauf also das wirkt sich natürlich auch auf deine Defensive aus dass dann K.O.K.O. wenn du kurz vor Ende bist der löst dann beim Gegner aus dann bist du tot ja aber du hast halt die Möglichkeit mit deinen Specials wie auch immer dann natürlich da auch gravierenden Schaden zu machen also finde ich gut das zögern womöglich am Ende ja ein zwei Minuten vom Kampf dann nicht mehr so hinaus wie vorher sondern dass du es ein bisschen verkürzen kannst ist per se ja nicht schlecht also würde ich jetzt mal sagen die haben vier Punkte jetzt neu gemacht und davon bin auf jeden Fall bei zwei dabei und tatsächlich bei dem Wahnsinn und bei dem Lucky ja ich habe die Tücken des Lucky Modus mitbekommen kann sehr frustrierend sein aber es ist was Neues bin ich eigentlich auch gespannt drauf weil es hat auch in der Offensive häufig geklappt und der Terror ja der Wahnsinn da werde ich Strugglen vor allem auch mit Team Konstellation da wird auch viel Arbeit auf auf uns zukommen wie wir was wir den anderen so sagen wie sie da vielleicht spielen das könnte ein bisschen der komplizierteste Modus werden aber auch da warum nicht ja bringen was Neues da raus das sind wenigstens Neuerungen die ich ganz gut finde und wo ich auch eigentlich weitergeben kann freut euch drauf natürlich werden wir auch diese Modi irgendwann kacke finden wenn da bestimmte Helden rauskommen ja das wird auch irgendwann sein dass dieser und jener Held definitiv bei Lucky nicht zweimal auslösen darf sonst ist alles vorbei ja weil das dann ein Held ist der wenn er sein sehr langsames Special gefeuert hat 20.000 Schaden bei allen Helden macht aber ja bis dahin haben wir hoffentlich noch ein bisschen und der tiebreaker ist auch eine gute Sache also da definitiv gibt es von mir einen Daumen nach oben für die Neuerungen ja das ist ganz gut und ich freue mich wenn es ins Spiel reinkommt gut das war es von mir vielen Dank fürs Zuschauen wir sehen uns macht es gut ciao ciao